Hallo liebe Leute, in diesem Video gibt es nur ein Video, das zeigt, wie Annalena Baerbock bei ihrer Ankunft in Indien zum G20-Außenminister-Treffen nicht empfangen wurde. Sie überrascht war, als sie aus dem Flugzeug stieg und niemand da war. Es aber bei Sergej Lavrov, dem russischen Außenminister, ganz anders war. Und außerdem, ganz interessant, hat sich hier gezeigt, kann man hier ganz einfach sehen, dass die Medien einen Informationskartell bilden. Sie gezielt darüber nicht berichten und es nur einen einzigen Artikel gab, von Fokus, der in der Google-Suche noch angezeigt wird, aber der Artikel gelöscht wurde. Und ansonsten wird nicht darüber berichtet. Aus meiner Sicht hier kann man ganz einfach zeigen, hier ist der schlagende Beweis, wir haben ein Informationskartell, die Rede von pluralistischen Medien, einer freien Medienwelt, unabhängige Berichterstattung, die in Konkurrenz zueinander steht, es ist eine reine Lüge. Ganz einfacher Beweis hier zu sehen, denn warum löscht Fokus diesen Artikel? Jetzt im Folgenden das Video, danach noch ein paar Worte dazu, warum dieses Video aus meiner Sicht sehr viel ausdrückt, wie es in der Welt im Moment aussieht und dass wir vor einem großen Umbruch stehen. Es hierzulande vielleicht nicht so gut aussieht, aber sich im Ausland sehr viel tut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es drückt sich hier der Ekel aus vor dem Westen. Vor Deutschland, aber Annalena Baerbock ist ja sinnbildlich für den ganzen Westen, dass wir es hier mit Marionettenpolitikern zu tun haben. Und im Grunde würdigt man sich ja selbst herab, wenn man solchen Leuten eine große Aufwartung macht. Die Politiker hängen an den deutschen Medien, weil die deutschen Medien bestimmen, was die Leute gut finden und wer gewählt wird. Die Leute sind sich dessen nicht bewusst, viele Leute nicht. Aber es ist ganz eindeutig so, dass die Medien ein Kartell bilden und sie durch die Informationen, die sie bringen und die sie nicht bringen und durch Lügen, vor allem über das Ausland, sie das Wahlverhalten der Leute steuern. Und demzufolge eben Leute wie Annalena Baerbock, die das ganze System auch kennen und da willig mitspielen, dass dadurch eben deutlich wird, dass sie sich als Auftragserfüllerin sieht. Dass sie auch weiß, wenn sie dem Mediennarrativ nicht entspricht, dass sie weg vom Fenster ist und sie dementsprechend ihre Meinung ausrichtet. Es hat sich im Nahen Osten sogar Saudi-Arabien abgewendet und anscheinend ist es so, dass Putin ein sehr guter Diplomat ist, weil er es schafft, verfeindete Staaten an einen Tisch zu bringen. Beispielsweise die Türkei, Iran und Syrien. Sie alle verbünden sich mehr oder weniger im Moment gegen den Westen. Natürlich sind sie neutral, aber sie wenden sich mittlerweile immer mehr vom Dollar ab und beugen sich nicht dem Willen der USA. Die wollten, dass Russland sanktioniert wird und dass alle mitspielen, was sie alle nicht gemacht haben. Aus meiner Sicht die letzten Erfolge der USA, die sind schon eine Weile her. Und ich glaube nicht, dass den USA noch eine Farbrevolution gelingen wird. Es ist, denke ich, eine Wende. Es wird keine Farbrevolution mehr geben. Und das US-Imperium, es wird aufhören zu bestehen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was sich sonst so einfällt. Macht's gut! Brian Wende 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 Untertitelung des ZDF, 2020